Heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde und aufweist es zwei mal wieder dieses Spiel, was immer nur rumhängt. Um zu gucken, ob es jetzt mal irgendwie besser geworden ist, sehen wir mal. Ich habe auch ein neues Spiel jetzt gemacht, also auf neues Spiel bei Sunbox. Das Ding ist, ich will eigentlich Karriere, also dieses normale spielen, aber es geht nicht, weil es kommen keine Einsätze, wenn ich da drauf drücke. Und da muss ich mal gucken, warum das nicht geht. Aber ja, also ich kann halt einfach nicht fahren. Ich kann fahren, aber es kommt halt nichts. Und ja, dementsprechend ist es jetzt halt so. Und falls es ruckelt, dieses Spiel ist sehr dumm, kann man sagen. Also es ist sehr behindert programmiert worden. Also ja. So. Also nicht wundern, wenn es hängt. Achtung. Hilfeleistung. Einsatz für KEF 1. Obertalstraße. Okay. Äh, Notrufmaschinist. Wenn eine Frau... Was auch geil ist, dass es auch Frauen gibt, die bei Rettung mit... Das finde ich nice. Also stellt euch mal vor, das wäre so nicht. Sondern nur Männer dürften das. Wie früher. Nein, ich will nicht die... Ich will nicht die hintere Tür aufmachen, sondern die vordere Tür. Vordere Tür. Leute, nicht wundern, dass das hier die Grafik so ein bisschen kacke ist. Ich hab's runtergeschraubt, damit das Spiel einigermaßen spielbar ist. Damit ich das halt aufnehmen kann. Äh, ja. Also wundert euch nicht, dass das so ist. So. Leitstelle Mülheim von 1KF 1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Boah. Was haben wir gefahren, Frau? Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Anrufer meldet Baum auf Fußgängerweg. Wir werden vor Ort eingewiesen. Oh. Oh. Den Baum auf dem Fußgängerweg hatte ich aber auch noch nicht. Ey. Hä? Ey, sieht sich jetzt auch gerade aus. So. Ey, die Steuerung. ist halt scheiße, weswegen man nur so fahren kann. Kann man, dass die Autos dann ja noch drüber fahren. So. Okay. Jetzt sind wir da. Und jetzt hängt's auch direkt leer. Ja. So. Organisiere. Ui. Ja, okay. Aber, aber, ja. Kann man halt auch machen. So. Äh. Absitzen. Ja, schön gemütlich erstmal. Ah, ja, okay. Ist es ja halt. So, Einsatzort, äh, Straße absichern brauche ich nicht, weil's da oben ist. Raumsäge einsatz. So. 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 So, jetzt kann ich hier holen. Hier, aufheben. Ziel, Leitstille Mülheim, kommen. So. Erste Lagemeldung. Perfekt. die auf in học- energized mal diese stehen nicht probiert ich habe schon versucht benutzen 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 so und noch hallo das kann ich halt schon wieder nicht machen hier warum geht die Kacke denn jetzt nicht oder kann er das einfach so holen ich warte mal kurz nee kann man nicht ja gut kann ich halt auch nichts mehr machen ne aufheben würde ich mal sagen hey Junge ich kann es doch aufheben schwere Geburt ablegen so einsatz ohja jetzt gibt es ja eigentlich nichts mehr zu machen so ne technische Hilfeleistung ne nein Fahrbahnreinigung keine Ahnung was das denn soll ich mach es einfach mal ja gibt es ja nicht so warten wir mal kurz was jetzt hier noch irgendwas gemacht wird okay er reinigt jetzt hier noch die ähm ähm einen Fußweg so perfekt schön reinigend hier was hier nicht okay ah man muss das hier in den Mülleimer so Junge diese blöde Kettensäge da unten das das ist beispielsweise jetzt geil gemacht muss ich sagen das ist jetzt wieder geil so man muss es da in den Mülleimer reinpacken dann läuft man da wieder hin das finde ich nice aber dass das Spiel immer abstützt das finde ich nicht nice das finde ich schade also jetzt stützt es hier gerade nicht ab aber ja so jetzt bin ich eigentlich fertig ne können wir hier nochmal kurz gucken ob wir hier irgendwie noch was machen können aber ne zusammenpacken so so machen wir mal wieder alles zu so haben wir jetzt hier von oben auch alles äh halt noch die Tonne aber könnte es sein dass ich es gerade aus der Sinn zugemacht habe ja dann warten wir mal hier auf den Kollegen ne ist Magier okay so schließen andere Seite auch schließen so können wir hier nochmal kurz mit der Person reden ja okay er sagt nur noch ja okay dann äh abrücken ich bin der Maschinenist Mann jetzt öffnet er wieder die Tür endlich 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 Leitstelle Mülheim von 1kf1 kommen hä wie kann man denn das da unten ja schließende Lagemeldung Bereich geräumt Rücken wieder ein kommen verstanden Ende Näh Interaktion Näh Interaktion Näh Interaktion Näh Egal ich lasse es einfach oben wir fahren so jetzt einfach zurück ja also passt auf jeden Fall so jetzt go wieder nach Dings oh ja das ist Blaulicht 4 ist Licht 5 6 7 achso ich bin so ein Doody das muss man ja hier drin äh aus 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 so jetzt fährt es runter ah okay perfekt so oh jetzt ruckelt es wieder äh warum muss ich jetzt auf der rechten dann wieder auf der linken da gibt es null Sinn äh mal gucken ob die Ampel hier auch grün wird das wäre cool nö anscheinend nicht ich fahre jetzt einfach interessiert mich auch nicht mehr hier bin froh wenn ich hier Feierabend habe es ist zwar eine Berufsfeuerwehr da muss man eigentlich noch sehr lange bleiben aber mir doch egal so let's go wir fahren hier keine Ahnung wie schnell sind mir auch egal ja 100 passt hier Kreisverkehr umfahren wir einfach bam hier sind die Feuerwehr wir dürfen das hier Blaulicht an so Leute sorry dass es hier gerade ein bisschen ruckelt ne aber ich kann halt wie gesagt nichts dafür deswegen will ich mir auch bald einen neuen PC holen eventuell ein bisschen mehr Dings hat Speicher jetzt ist der Sound wieder weg ja fertig so also wenn das jetzt nochmal ruckelt ne dann check ich es wirklich nicht so wir haben es endlich geschafft so ja Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne liken abo und kommentar da schaut trotzdem gerne auf meinen Discord server vorbei der ist unten in der Video scheinbar verlinkt ja habt einen traumhaften Tag auch dann hinter euch euer Sandro ciao ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal